Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Monsters. Naja, ich lade gerade im Hintergrund noch die Spec Ops Folgen hoch, also falls ihr euch wundert, warum das so ruckelt, warum es ruckeln könnte. Und deshalb bitte ich das zu entschuldigen, falls das mal passiert. So, was habe ich hier? Ich muss mich auch erstmal nochmal orientieren, was ich genau gemacht habe und was ich machen wollte. So, die Bronze Rüstung. Genau, ich wollte nämlich erstens die Locker rüberholen, die ich hinten liegen habe. Zweitens wären Hühner nicht ganz so schlecht. Und drittens... Genau, drittens wollten... Ja, drittens wären eigentlich Hühner nicht ganz so schlecht. Und erstens... Zweitens und drittens... Okay, nochmal von vorne. Erstens, ich wollte die Locker rüberholen für diese Stunde, das habe ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen. Dann wollte ich den Capsack machen. Das steht bei mir auch auf der Liste. Dann... Wollte ich mal gucken, ob ich schon mal an die Industrial Craft Verarbeitung drangehen kann, wenn ich oben das Haus fertig gebaut habe. Denn dafür fehlt mir ja noch Marble. Und... Ja, Hühner. Wären auch nicht so scheiße. Ich glaube, ich habe gerade überhaupt keinen Ton. Ja, okay. Tut mir leid, dann muss ich aber die Aufnahme nochmal unterbrechen. Denn das geht natürlich gar nicht, wenn man keinen Ton hat. Also, bis gleich. Tschüss. Und wir sind wieder da. Äh, wo wollte ich gerade hin? Äh, nein. In der Richtung, genau. Die Locker holen. Ja, tut mir leid, aber ich... Für die Unterbrechung, weil ich... Zwei verschiedene Audioausgänge habe. Ah, jetzt höre ich auch wieder was Schönes. In der Zwischenzeit hat mich ein Zombie angegriffen. Wie ihr in den Herzen schon sehen könnt. Und ich habe goldene Schuhe von dem bekommen. Supergeil. Nützt mir auch so viel. Naja. Kann man vielleicht... Wow! Kann man vielleicht dann für irgendwas gebrauchen. Jetzt habe ich natürlich auch keine Axt mitgenommen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das dauert dann halt nur etwas länger. Mal gucken. So. Locker habe ich. Brauche ich hier von irgendwas? Ich bräuchte noch Marble. Wollte ich mir noch... War das gerade eben da? Genau, Marble. So. Näh. Sonst ist hier nichts. War Cobblestone. Ich... Bräuchte noch ein bisschen Cobblestone. Das weiß ich. Das ist nicht das Maximum, was ich habe. Aber ich bräuchte noch was. Für meine dritte Etage. Meine Hühneretage. Sozusagen. Das kann ich mir auch gebrauchen. Lapislazuli. Ich wusste nicht, dass es so aussieht. Deshalb nehme ich es einfach mal mit. Redstone. Brauche ich auch. So. Und sonst ist hier nichts Spannendes mehr drin. Gut. Cobblestone kann ich noch was mitnehmen. Ja. Scale Cobblestone. Okay. Den brauche ich nicht. Den scheiß. So. Ab nach Hause. Vielleicht gehe ich noch mal unten vorbei, da ich jetzt schon mal da bin. Damit ich das in der nächsten Zeit nicht mehr machen muss. Und hole mir ein bisschen Lava. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Aber. Jetzt. Haste. Wie schön. So. Jetzt geht es einfach mal runter. So. Also ihr habt ja gehört, was ich heute mir vorgenommen habe. Mal gucken, was ich davon schaffe. Ich hoffe mal, ich schaffe viel. Denn. Das ist ja das Ziel, dass ich euch nicht langweilige. Nicht langweilige. Ja. Ich langweilige euch nicht. Das ist auch ein Ziel. Äh. Ich habe ja gesehen, dass es diese Industrial Craft Diamanten gibt. Vielleicht ist es ja möglich. Denn es gibt ja einmal diesen Silber Diamanten, einmal diesen Gold Diamanten. Oh. Da gibt es dann ein hohes System, es gibt ein silbernes Teil, es gibt da ein Kupfernes Teil. Und ähm. Vielleicht kann ich ja aus dem Silber, was ich nicht so viel brauche, einfach mal Kupfer machen, durch dieses, äh, Crafting System von den Industrial Diamanten, äh, Industrial Credits. Das wäre mal eine gute Möglichkeit, um ein bisschen, habe ich noch Fackeln dabei? Ja. Ja. Super. Ich nehme mich am besten auch gleich in die Hand. Da hinten war unser Möhrenfeld. Das benutze ich jetzt auch einfach mal. Und dann werde ich hoffentlich nicht mehr lang, okay, vielleicht glaube ich auch einfach nach Hause. Ja. Wow. Lauf. So. Denn Zombies sind schon ziemlich heftig hier und solange ich nichts Vernünftiges anhabe, wage ich mich da noch nicht dran. Was eigentlich, äh, ja, ziemlich beschissen klingt, aber seit den letzten Folgen möchte ich nicht allzu gerne nochmal sterben, sagen wir es mal so. Aber auf Spinnenjagd. Für die Fäden kann man ja gerne gehen, wenn man auf den Tour einen findet. Nur vor den Skeletten ist das etwas, naja, nicht so schön, wenn die einen abschießen. So, und ich habe mir überlegt, das habe ich mir allerdings schon vor der Aufnahmesession überlegt, dass ich gleich ein bisschen vorne das Haus, oben das Haus verändere. Damit das auch schöner aussieht. Damit das auch schöner aussieht. Oder eher gesagt, nicht schöner aussieht, sondern... Da ist mein Marble... Da ist mein Marble... Ja, ist jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Genau, ich wollte mir Bricks machen. Tue ich da noch ein bisschen... Was passiert, wenn ich da Stone rein tue? Mal gucken. Ich baue jetzt das... Oh, hier fehlt ja noch eine ganze Menge. Okay, ich wollte jetzt hier etwas umbauen, denn das gefällt mir nicht hier mit dieser... Ups! Mit der Treppe, dass die so unregelmäßig da drin ist. Deshalb... Erstmal was essen... So... Und... Ähm... Ja... Ich werde das Ganze jetzt einen weiter rausziehen. Und... Hier... Einen weiter reinziehen. So, dass ich hier an der Seite... So, dass ich hier an der Seite... Wo ich jetzt gerade drauf stehe... Also diese... Diese... Fläche hier... Für meine Solarzellen benutzen kann. Oder für andere Sachen, die... Draußen stehen sollten. Weil... Wegen Sicherheit und... Wegen... Keine Ahnung was. Ähm... Habe ich mir jetzt einfach mal so... Außerhalb der Aufnahmen überlegt. Mal gucken, wie es aussieht. Und... Ob es irgendwas bringt. Und wahrscheinlich werde ich dann auch... Mit der Zeit... Hier das Ganze noch etwas verschönern. Denn das ist im Moment nur... Rein... Wie soll man es sagen? Rein... Dumm, dumm, dumm... Prophylakt... Nein, nicht prophylaktisch. Äh... Provisorisch. Genau. Solche Worte. Schwer auszusprechen. Ungemein. So... Wo hatte ich meine... Marble Teile? Hä? Ich hatte nicht mehr. Das ist jetzt aber schade. Okay, damit werde ich nicht...